Es geht los, wir sind wieder bei Sachen erraten und es ist spannender wie noch nie. Spannender wie noch nie. Anna, dein Kopf ist im Weg. Okay, 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 pass schon. Wie mal ich denn? Alter, mal. Du musst richtig trocken. Kommt der Baumeister. Adolf Hitler. Rudolf Hess. Ten Years a Slave. Mega cool. American History X. Herodes. Nein. Watch Dogs. Nein. Dieser Liebessong, den wir geguckt haben, von Markus. Nee, Mann. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht falsch. Ja, das ist doch griswitzig in der Ramme. Aber ey, du darfst doch nicht so viele Tipps geben. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ey, warte, warte. Meine Avengers, die zeigen wir irgendwann anders. Die sind so gut, Mann. Ich habe ein Foto davon auf dem Herd, weil ich so genial fand. Die Avengers. Ich habe halt auch so dreimal. Watch Dogs. Sieben, sieben, sieben. Das ist Angelina Jolie. Nee, Mann. Oh Gott. Das ist... Ladi Luke. Nein. Wie sie es rausbrüllt, Alter. Ähm. Ähm. Da ist aber einer. Buck Spencer, Terrence Hill. Ist das eine Waffe? Na gut, du darfst nichts sagen. Ich bin ein Mädchen, ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Das ist bestimmt überhaupt so ein scheiß Ballerspiel, was ich kenne. Irgendwas, was jeder kennt auf jeden Fall, ne? Ich kenne das nicht. Er sagt auf jeden. Das ist bestimmt so ein scheiß Ballerding. Nein, das kennt jeder, sagt er. Ich erlaube nicht. Superman. Casper. Nee, Mann. Casper. Alter, fuck jetzt. Wer ist Casper? Der zittert sich viel Zeit ab. Nee, Alter, das geht einfach mal nicht, Leute. Skateboard fahren. Skate. Äh. Warte, das ist hier sowas mit einer Tommy Gun. Sowas Oldschool-inges von Chicago. Picasso. West Side Story. Nee, Dinger. Ähm. Das ist ein Prinz Angi, nee. Nee, Mann. Das ist... Äh, Pokémon, äh, äh, Rocky, äh. Ein Tourist und ein Weimarer, der im Leben zeigt. Das ist eine Schrotflinte, Alter. Goethe und Schiller. Schrotflinte, Mann. Fuck, ey. Goethe und Schiller ist gut. Goethe und Schiller. Das ist übelst übereinander. Äh, äh, Himmler, Himmler. Nee, Mann. Äh, Mann, Mann, Mann. Buchenwald. Buchenwald. Das ist Buchenwald. Ich kann hier noch ein paar mehr Akzenten. Das kann man... Das Ding geht echt übelst behindern. Es geht gut, wenn du da mal drauf hast. Michael Jackson, Dragball! Dragball! Das soll Goku, ja. Dragball ist das. Es geht aber nicht, das zu zeichnen, was ich zeichnen will. Nein, ich hab's. Wenn ich mal was daneben... Das ist Johnny Depp. Das ist der Buch der Karibene. Ja, doch. Nein. Doch. Nichts verraten. Ich darf doch mal Nein sagen. Ja, aber... Nein, weil du gerade angefangen hast. Mal, wenn du was Neues malen willst, malst du einfach eine andere Ecke oder so. Nee, ja. Ach, äh, Prinz und Lea und so. Lea, äh... Nee, Alter. Prinz, Charles und Diana. Ein kleines Pärchen. Ich krieg's nicht besser hin, ey. Homosexualität! Nee, Mann! Titanic. Jetzt mach mal irgendwas ganz Markantes. Für das, was auch immer es ist. Ich darf ja nicht zeichnen, aber ich kann's ja nochmal so vergrünen. Ich darf ja nicht zeichnen, Mann. Das sieht doch aus. Ich darf ja nicht zeichnen, hier. Oh, hat sich nicht leicht sehen, Trigger. Polizei! Das ist die längste Sache. Polizei! Polizei! Nein, Morpheus war es längst. Ein Pärchen! Bleib scht! Spoiler hinter. Hits from the bone! Nee! Fuck it, Alter. Der Patriot! Ich will wissen, ob das eine Schotflinte ist. Oder so eine Moskete. Ich darf es nicht. Mach hilter! Ach, da kommt Dampf vorne raus. Nein, das ist kein Dampf. Das sollte... Sag, nee, du darfst nicht sagen, Mann. Ich darf es echt schwer, aber ich kann so schon nicht zeichnen, ey. Kann keiner von uns wirklich. Äh... Doch, Robin. Naja. Es geht um die Waffe. Schotflinte. Nein! Nein! Krieg und Frieden! Bevor du jetzt weißt, ob es schwer ist, das sind... Ach, das ist ein Pfeil! Ja, genau, ich warte... Aber nicht schreiben, ne? Auf wann hälst du denn? Ja, der macht das schon. Die Waffe, Mann. Oder zumindest das, was da ist. Wasser, Spritz, Pistole! Ähm... Hose. Keine Zett. Eine Pistole? Ja, ist das ja. Blood Diamond. Ne Pistole. Na, weil du halt die ganze Zeit dir Dings sagst, Mann. Ich sag nur... Schießen! Pistole ist es sowas. Pistole, Afrika. Ja, es ist aber keine Shotgun-Anhalt. Okay, es ist eine Pistole. Blut, Blut, Gebär, äh, Kaliber, Kaliber, Kaliber. Man, es sind Pistole. Kenne ich doch gar nicht. Weil es Pistolen. Pistolen. Ja, Pistolen. Ja. Äh! Fuck! 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 Mann! Time Fiction! Ja! 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 Mann! Das wollte ich doch sagen! Mitmach hinter! No, ey! Mann! Ich hatt es auf den Lippen! Du Spast! Das wollte ich sagen! Ich hatt es doch! Mann! Entschuldigung! Es wird mir lecker. Nein, Anna! Das ist ein Scheißbrier! Der hat sich aus meinem Gehirn gesaugt! Wenn meine Katze dann kommt...